Anregungen für ein Umdenken bei der Fortsetzungspolitik in Hollywood Am Beispiel von Free Willy In Free Willy Teil 2 schwebt ein Orca in Gefahr Rettung, Freude, Film vorbei, alles recht vorhersehbar Dass das Tier auch noch den dritten Teil überlebt, geschenkt Das Konzept ist totgeritten, Zeit, dass man es überdenkt Neuer Plot, ein Syndikat von korrupten Haarstylisten Kidnappt Sören Kierkegaard Der muss nun sein Dasein fristen als Frisurversuchsobjekt Unsere Helden schreiten ein, der Komplott wird aufgedeckt Es gelingt, ihn zu befreien Ohne zu viel vorzugreifen, Willy darf zum Cast gehören Wichtig ist, der neue Streifen heißt und handelt von Free Sören Kierkegaard 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 Kierkegaard